SVP Call Center. Hier bin ich. Ja, hallo. Entschuldigen Sie, ich bin selber Kandidat bei Freiheitlich. Ich will nicht SVP. Aber wie kommen Sie überhaupt zu meiner Nummer? Hallo? Jetzt sind Sie weg. Das gehört auch anzuschaffen. Vor 20 Jahren, im Jahre 1993, wurden die Südtiroler Freiheitlichen gegründet. Bei den ersten Landtagswahlen ist man mit dem Slogan, Macht braucht Kontrolle angetreten. Wie richtig diese damalige Entscheidung war und wie richtig auch der damalige Werbetext war, hat man besonders in dieser vergangenen Legislatur gesehen. Es ist nicht gut, wenn eine Partei tun und lassen kann, was sie will. Ich bin für den sparsamen Umgang mit den Steuergeldern der Bürger. Ich bin für eine kontrollierte Einwanderung, die nicht unser Sozialsystem ausnutzt. Ich bin für den Erhalt unserer schönen Kulturlandschaft und auch unserer schönen alten Bausubstanz. Und ich bin für einen Freistaat Südtirol, der von allen drei Sprachgruppen aufgebaut wird. Von den Deutschen, von den Italienern und von den Ladinern. An diesem Sonntag, den 27. Oktober, hast du die Chance, mit deiner Stimme das System Südtirol zu brechen und in unserem Land demokratische Verhältnisse einzuführen. Dafür versuche ich dich, den Freiheitlichen Deinen, deine Stimme zu geben.